Was rät dir jeder? Was ist die allumfassende Weisheit? Der Ratschlag, der immer wieder gegeben wird, was du an jeder Ecke hören kannst und was auch total wichtig und total richtig ist, meine ich. Nur, wie machst du es effektiv? Wie lässt du los? Diesen Ratschlag hast du tausendfach gehört. Lass los. Oder am besten noch, lass einfach los. Aber wie soll dieses einfach gehen? Fällt es dir einfach? Kennst du ein Mittel, einfach wirklich loszulassen? Wäre das nicht die eierlegende Wollmilchsau für so viele Probleme? Es gibt ja nur die Probleme an den Sachen, an denen ich festhalte. Alles, was ich loslassen kann, was ich innerlich an Emotionen loslassen kann, ist losgelassen und kann fließen. Weniger Schmerzen, weniger Verspannung, mehr Leichtigkeit. Für mich das vielleicht ultimativ wichtigste Video für mich. Wie kannst du loslassen? Ich zeige dir eine, aus meiner Sicht, sehr, sehr mächtige Übung oder eine Art und Weise, wie du loslassen kannst. Du legst dich entspannt hin. Schiebst den unteren Rücken Richtung Erde, machst den Bauch fest, hebst den Oberkörper in die Luft, streckst die Arme in die Luft, machst Fäuste, bringst die Beine in die Luft. Ist das für den Rücken nicht so geil, nimm die Beine näher ran zum Körper. Jetzt spann jeden Muskel an, den du kennst. Jeden Muskel, den du anspannen kannst. Zitronengesicht machen, um dann mit dem Ausatmen zum Boden zu kommen, loszulassen. Jetzt hier am Boden nochmal. Alles anspannen, was du anspannen kannst. Und jetzt hör genau hin. Jetzt lass los. Jetzt kommt der Clou. Das ist noch nichts Besonderes, richtig? Oder vielleicht doch? Jetzt bleibst du liegen. Spannst die Muskulatur nicht an. Und schickst den gleichen Entspannungsimpuls, den gleichen Impuls des Loslassens, der Muskulaturloslassen, des inneren Loslassens, wieder in deinen Körper. Nur deine Muskeln sind gar nicht angespannt. Das ist es. Punkt. Probier das unbedingt aus. Teile mir unbedingt mit, ob es dir was und was es dir gebracht hat. Schick den gleichen Entspannungsimpuls in deinen Körper, als hättest du deine Muskeln gerade angespannt. Das Tolle ist, wenn du die Übung vorher machst, die anspannen und lockerlassen, zeig dir nur, dass du schon voll Profi bist im Loslassen. Du kannst es. Du hast die Fähigkeit in dir. Es ist relativ easy. Probier es unbedingt gerne aus. Dein Ulf. Bis gleich.